Kommen wir nun zum dreijährigen Oldenburger Hengst First Major. Amelie präsentiert uns diesen Herzensdieb nicht nur an der Hand, sondern auch unter dem Reiter. Geboren und aufgewachsen ist dieser Modellathlet wie viele andere dieser Kollektionen im Gestüt Lewitz. Abstammend ist dieser Jüngling vom Fürst Heinrichs Sohn Fürstenball aus einer Mutter von Sir Donahal Don Schufro Rubinstein. Zwei seiner Vollgeschwister haben schon PSI Geschichte geschrieben. Zunächst in 2018 die Stute Forza RS2 und nicht zu vergessen das PSI Spitzenpferd Fürst Bayram, der nun unter seinem Namen Force Major mit seiner Reiterin Jara Reichert in Zusammenarbeit mit Co-Bundestrainer Jonny Hilberath für den großen Sport vorbereitet wird. Aber kommen wir zurück zu First Major. Es ist atemberaubend, was für eine Präsenz dieser Jüngling hat. Aber sehen Sie selbst und überzeugen Sie sich von seiner nahezu unbegrenzten Schwungentfaltung im Trab sowie im Galopp, wo Richter dies in Zukunft mit Höchstnoten attestieren werden. Aber First Major weiß auch im Schritt zu überzeugen. In diesem langbeinigen Modellathleten steckt alles, was sich ein zukünftiger Reiter erträumt. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag von Far komplもし im Auftrag von populärten